Easy Fix Duo. Ideal für kleine Pumpensümpfe. Einfach auspacken, reinstellen, anschließen, Pumpen einstecken. Das ist Robert. Robert ist als Installateur den ganzen Tag auf den Beinen. Jetzt gerade pumpt er den Keller eines Kunden leer. Während eines Unwetters ist hier die alte Schmutzwasserpumpe ausgefallen und nach kurzer Zeit stand der ganze Keller unter Wasser. Sein Kunde Olaf ist besorgt. Was kann er tun, damit das nicht nochmal passiert? Robert erklärt ihm, dass in dem uralten Schacht auch noch Regenwasser vom Gulli vor der Kellertür eingeleitet wird. Beim letzten Starkregen wurde der Niederschlag durch den Sturm in den Kellerniedergang gedrückt. Zur Überflutung ist es gekommen, weil die altersschwache Pumpe überfordert ausgefallen war. Eigentlich müsste man jetzt bauliche Maßnahmen treffen, um das zu verhindern. Olaf verzieht das Gesicht, denn dafür fehlt ihm kurzfristig das Geld. Robert rät ihm deshalb, mindestens eine Doppelanlage einzubauen. Eine Doppelanlage besteht aus zwei identischen Pumpen. So ein redundantes System hat den Vorteil, dass sich beide Pumpen die Arbeit teilen und so die Sicherheit und die Lebensdauer der Entwässerungsanlage deutlich erhöht wird. Außerdem erklärt Robert, dass beide Pumpen auch zeitgleich an die Arbeit gehen können, wenn es wieder einmal eng wird. Olaf ist begeistert von dieser guten Lösung und stimmt zu. Für Robert beginnt jetzt die eigentliche Arbeit, denn bei einer Doppelanlage gibt es einiges zu berücksichtigen. Rohrstücke, Fittinge, Schellen, Verschraubungen, mehrere Schwimmschalter und zwei separate Pumpen. Das alles muss in einem kleinen Pumpensumpf. Das zusammenzustellen und vorzubereiten ist zeitaufwendig und für den Anschluss der elektrischen Komponenten ist ein Elektriker nötig. Zum Glück weiß Robert, wen er um Rat fragen kann. Er ruft bei Jungpumpen an. Sein Berater Michael kennt die ideale Lösung. Unkompliziert, stressfrei und smart. Und das sogar ohne Elektriker. Der Easy Fix Duo. Nur 48 Stunden später ist Robert wieder bei Olaf und packt den brandneuen Easy Fix aus. Das sieht wirklich easy aus, denkt sich Robert. Und so ist es auch. Easy Fix in den Schacht stellen, an die vorhandene Rohrleitung anschließen und beide Pumpen reinhängen. Nun noch das kleine, im Lieferumfang enthaltene Steuergerät Easy Logo über dem Schacht befestigen und den Alarmsensor anbringen. Was nun? Einfach die Pumpen einstecken und schon kann's losgehen. Der Probebetrieb läuft reibungslos. Robert und Olaf sind zufrieden und beide können der Zukunft gelassen entgegenblicken. Auch wenn es ganz dicke kommt. Olafs Keller bleibt trocken und Robert hat für seine Kunden jetzt stets die perfekte Lösung parat. Endlich einfach. Easy Fix 32 Duo. Kombinierbar mit zweimal U3KS, U5KS oder U6KES. Die Originale von Jungpumpen.